Ich glaube jetzt kann ich mit dem Viech rumrennen, oder? Weiß das gar nicht. Oh ja. Oh. Nimm die Power Armor um die Transform. Oh. Oh. Gut, dann mache ich, bevor ich das mache, will ich noch eine Raucherpause machen, eine kleine. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt. Ja. Let's play 4-3, ne? So, gleich geht es weiter. Ich muss mich erstmal beruhigen, dass ich das da alles geschafft habe und die, den Robocop besiegt habe. Und ja, ich, boah, erstmal rauchen. Auf jeden Fall. Bis gleich, Leute. Tschüss. So, Leute. Weiter geht's. Hier muss ich durch, glaube ich, ne? Muss ich durch die Tür? Weiß ich gar nicht. Halt hier eh, um reinzusteigen. Aber ich muss erstmal was gucken. Aber das wird er mir wahrscheinlich auch schon beschreiben, dann. Genius. Navigation und Weapon Systemen aufwärts. Und dann? Hilfe, dich? Schnell, dich? Schnell, dich? these sunken. Well, yeah. Das wird noch lustig Leute, mehr Power-Armer hier rum eilen, nur rum eilen. Das war's für heute. Boah, Alter, ist gut. Jetzt guck mal, richtiges Aussehen. Komm her, jetzt. Hä? Wo wird er denn lang? Komm her, hier. Komm her, hier, hier. Oh, schau. weg ist er, der Kollege in einer anderen ich soll gerne sagen, mich hält nichts auf aber das erweist sich immer als blöd na? kaum noch die 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 Das war's für heute. Hart im Nehmen, ja, bin ich auch. Nicht schon wieder Slender, ähm, was ist das denn? Nicht schon wieder Slender, Alter. Kann ich hier Dings nehmen, nee. Alter, nicht schon wieder Slender, ey. Ich hasse Slender, das ist so ekelhaft, wie viel die Schaukel, die hat einmal an den Baum gebunden, quasi, kann ich Spielplatz machen, so ein bisschen, kann ich hier hoch? Ich will da rein, schade geht nicht, ich wollte da jetzt reingehen und warten, bis das letzte Display vorbei ist. Das sieht sehr gesund aus. Oh, ich hasse Slender. Ich will nicht Slender spielen. Okay. Erbe der Monster? Wieso stehen hier Betten im Wald? Ah, hallo. Hallo! Hallo! Uah! Uah! Was geht? Boah! Was geht? Boah, was geht? Weiß ich, kaum durch hier, weißt du, dann... mal raus da raus da oder stirbt Asilienbänder gibt es hier ja nicht ja sehr strange eigentlich der variiert sich doch gleich wieder bei Status und so Jupp, jetzt wieder heilig dauert halt ein bisschen länger bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin man kann nie wissen kann ich hier nicht durch gehe die Transformstation und suche den Versorgungstunnel ich komme hier nicht durch das ist ja blöd na gut ich kann nur rum sammeln ach ne hab ich alles voll das ist super muss ich hier nicht so eine Dinger zerstören die boah es geht langsamer reich jetzt 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 in Das ist doch blöd hier. Wartet doch mal bis ich wieder heil bin und so. Meine Fresse, was hier abgeht. Das ist doch blöd hier. Ich bin 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 hier. Heilung, gut.